Die Jungen Feuerwehr ist jetzt hinter dem Fahrzeug eingetreten und quasi den Einsatzbefehl wie in der aktiven Wehr. Rauchzug unterstützt. Rauchzug, Verteilung nach einer W-Länge. Angriffsdruck, nur Brandbekämpfung mit ersten Steroen zum linken Zielfeuer über den Platz vor. MISSIONERING! Ein, zwei, drei! ... zu bemerken, Jugendfeuerwehr ist keine Partnerorganisation der Feuerwehr, sondern eine Heimlerkampagne-Organisation, d.h. hier werden ca. 5% derzeit Jugendarbeit durchgeführt ... zu bemerken. ... die Fremden gibt es keinen Partner, ist die Kampagne. Das wird die Erregnispädagogik. Die Bereiche von 14 bis 16 Jahren ergeben es dann nicht. Die Technische Hilfe und von 16 bis 18 bis zur Übernahme in die aktive Wehr wird das ganze Programm, was also auch später den Einsatzdienst gebraucht wird, büht. Sie sehen, die Handgröcke sind schon routiniert und sind im Endeffekt bei diesem Standardeinsatz mit Wasserinnahme aus offenen Gewässern. Und dann werden sie genauso durchgeführt wie auf Späfer in der aktiven Wehr bei einem Einsatz dieser Hand. Wir haben die Möglichkeit für die Fahrzeuge Wasser aus der eigenen Versorgung, das heißt, dass einer auf die Kante, wie auch wenn sie das durchgeführt wird. Wir haben die Möglichkeit, mit diesen Saugschläuchen, mit dem Saugkörper hinten dran, Wasser aus offenen Gewässern zu nehmen. Das heißt, wir haben also nicht nur eine Feuerwehrtechnische Ausbildung, sondern auch die Zusatzqualifikationen, Jugendgruppen pädagogisch zu führen. Wir haben daher auch die Anerkennung eben als öffentliche Jugendgruppen pädagogische Anerkennung. Das kommt! So, nachdem jetzt die Wasserversorgung aufgebaut wurde, wenn sich das Fahrzeug aus dem offenen Gewässer über ausreichend Wasser verfügt, werden weitere Strahlwohre, die ist alles, die Strahlwohre, die ist vorgenommen. Dann, um den Lösch-Kan-Geritten schneller und zügiger steilig zu finden. Und hier, der Produkt im Markt. Wir haben hier unsere Risse, bei der Jugendwahl, ja, mitzumachen, sich dafür investieren. Jonas, komm kuppeln. Danke. Wir haben unsere Kameraden, unsere Kameraden, denn hier, alle sprechen. Ja, gerne weiter. Wir haben hier auch hier sehr interessiert. Wir haben die Möglichkeit, das Grundstück von abzulieren. Da haben wir die Möglichkeit, einen Bruch, den Terror, Trunker, Blitter, Zart. Das zweite Februar, was er war, das schon gesagt, waren es nur vier Minuten. Das ist dann meine beste Karte Zeit. Jetzt gab es das Kommando, so hat man es fertig, das heißt, der Einsatz ist soweit geendet und die gesamte Ausrüstung wird verbessert und wieder auch das Waffe verpasst, indem er wieder reinfahren wird. Und in der Waffe bedingt, damit ist der Einsatz eigentlich noch nicht so. Dort muss das Fahrzeug mit allen, was auch gemacht werden, bzw. auch die Wassermaterialien, die müssen ausgetauscht werden, die getrockene, damit es wieder Einsatzberein ist. Die Schläuche werden dann geformt wird. Sachen, die geweckt sind, werden ausgetauscht und damit ist das Staatsrecht. Wenige Minuten nach dem Reifrecht in der Waffe der Regel einsetzt worden. Vielen Dank an die Jugendfeuerwehr, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und über die weitere Programmpunkte. Vielen Dank.